Wenn wir in Archicad ein Bauelement zeichnen, dann machen wir das klickweise und die Punkte werden dann an den Stellen gesetzt, wo ich mit der Maus hinklicke. Wenn ihr an der Stelle ein Raster verwenden wollt, dann drückt ihr F7 und jetzt seht ihr, dass da so ein Punkt herum springt und dieser Punkt benutzt jetzt ein unsichtbares Raster und das sichtbare. Und jetzt kann man an der Stelle loslegen und dann würde der Cursor immer genau an diesen Stellen sich einfangen. Wir hätten sozusagen eine kontrolliertere Geometrie unseres Bandobjekts. Wir haben hier ein Raster, was wir sehen. Es gibt ein unsichtbares, feinmaschigeres Unterraster und es gibt die Möglichkeit, dieses Einfangen ein- und auszuschalten. Ein- und ausschalten machen wir mit F7 und das Rastersystem, sichtbar und unsichtbar, machen wir mit F8. Bevor ich jetzt zeige, wie man das Raster für sich einstellen oder ändern kann, zeige ich noch, was es mit diesem Rasterfang auf sich hat. Wenn ich jetzt den Rasterfang anschalte, dann zeichnet Archicad von vornherein die Wand, wenn ich da also hinklicke, von den regulären Rasterpunkten aus und endet auch an regulären Rasterpunkten. Wenn ich F7 drücke und den Rasterfang damit zunächst einmal deaktiviere, kann ich irgendwo anfangen. Nehmen wir mal an, ich fange jetzt hier an, also da wo es bestimmt nicht geht, rastertechnisch. Darf jetzt da anfangen, schalte jetzt mein Rasterfang an. Jetzt fängt sich Archicad auch rastermäßig ein, aber nicht bezogen auf das sichtbare Raster und dessen Unterraster, sondern zwar in den gleichen Abständen, aber eben bezogen auf den ersten Punkt, den ich eben klickweise gesetzt habe. Das heißt, ich habe damit, dass ich meinen ersten Punkt außerhalb des Rasters gesetzt habe, quasi mein Rastersystem verschoben für diese Aktion. Das muss man sich merken. Wir können ja in Archicad, während wir zeichnen, noch Einstellungen vornehmen. Wir können zum Beispiel die Geometrie-Methode ändern oder wir können die Lage der Referenzlinie ändern und wir können auch den Rasterfang ein- und ausschalten, während wir zeichnen. Wo ist das alles zum Einstellen? Ich sage immer F7, F8, F6, aber ihr wollt vielleicht wissen, wo man das in den Menüs findet. Es gibt das Ansichtsmenü. Dort gibt es die entscheidenden Befehle. Konstruktionsraster darstellen, F8. Raster fangen, an- und ausschalten, F7. Raster, Bearbeitungsebenen, Optionen, Rastereinstellungen, F6. Das ist das, was ich jetzt machen möchte. Ich möchte euch zeigen, wie ihr das Raster einstellen könnt, F6. Und da seht ihr jetzt Konstruktionsraster anzeigen, Raster drehen. Das sind sozusagen Optionen, die ihr hier auch nochmal wählen könnt. Aber was jetzt wichtiger ist, denn eigentlich braucht man das nicht hier über dieses Fenster zu regeln, sind die Maße. Wir haben hier das große Raster, das was man hier sieht, und da kann man den Abstand einstellen und die Schritte. Was sind Schritte, zeige ich gleich. Und es gibt das Fangraster. Also die beiden sind jetzt ganz wichtig und aufeinander bezogen, denn das ist das, was wir sehen. Und das ist das, was da drunter liegt, was feinmaschiger ist. Was eben dieser Punkt war, den wir da beim Zeichnen gesehen haben, der immer von Stelle zu Stelle gesprungen ist, das war dieses Fangraster. Das Fangraster hat 25 cm im Quadrat als Modul und das Konstruktionsraster hat einen Meter, ist also viermal so groß. Ich kann jetzt auch Archicad dazu bringen, dass es sich nur am Konstruktionsraster einfängt. Ich kann aber auch eben die Standardlösung verwenden, dass es sich sowohl am Konstruktionsraster als auch am Fangraster einfängt. Jetzt steht hier noch Stoßen. Das zeige ich gleich noch, was das bedeutet. Raster drehen ist eigentlich ganz leicht erklärt. Ich kann jetzt hier auf Raster drehen klicken. Hier unten steht 30 Grad. Das habe ich mal irgendwann eingestellt. Wenn ich jetzt auf OK klicke, ist mein Raster gedreht. Ich kann jetzt unter F6 das auch wieder deaktivieren. Dann ist es wieder gerade. Jetzt noch das Nebenraster. Was hat es damit auf sich? Wenn ich hier 0,25 eingestellt habe für ein Nebenraster und hier die Schrittzahl auf 1 erhöhe, dann seht ihr, dass da in der Vorschau so ein Bandraster zu sehen ist. Also wir haben hier immer das Konstruktionsraster einmal einen Meter, daneben 25 cm und dann wieder das Konstruktionsraster. Und das geht in beide Achsrichtungen, weil ich das hier so eingestellt habe. Ich gebe die Schrittzahl, gebe die Anzahl dieser Rasterbänder vor. Wenn ich jetzt hier 2 hinschreibe, dann bekomme ich 2 dieser Bänder nebeneinander. Und wenn ich das hier mache natürlich auch. Das gleiche gilt logischerweise für diese Seite. Also wenn ich hier wieder 1 hinschreibe und hier auch und dafür hier 2, dann bekomme ich eben 2 Felder von dem großen Raster und dann kommt erst mein Nebenraster. Damit ist der Begriff Schritt erklärt. Ich kann jetzt das Nebenraster wieder ausschalten indem ich hier einfach alles auf 0 stelle. Ich brauche nicht den Abstand auf 0 stellen. Es reicht, wenn ich die Schrittzahl auf 0 stelle. Jetzt noch eine Kleinigkeit. Hintergrund ist der Hintergrund des Grundrissfensters. Und den kann ich einstellen. Ich kann also sagen, der soll zum Beispiel orange werden. Könnte ja sein, ihr seid AutoCut Romantiker und wollt es gerne schwarz haben. Und die Rasterlinien, wenn ihr die nicht mehr sehen könnt, also im Wortsinne, dann könnt ihr hier den Grayscale Slider auf ein bisschen dunkler stellen. Man kann es also auch auf schwarz stellen. Das sieht dann so ein bisschen anstrengend aus. Also das ist, was die Rastereinstellungen so hergeben. Wenn ich jetzt eine Wand zeichne, dann kann ich sie aktivieren. Und wenn ich jetzt die Shift-Taste drücke und eine Pfeiltaste, zum Beispiel die nach rechts, dann bewegt sich meine Wand nicht mein Grundrissfenster. Ihr seht, dass der Ursprung an der gleichen Stelle bleibt. Das ist dieses Stoßen, was in den Rastereinstellungen zu sehen war. Das ist nämlich eine Möglichkeit, mit den Pfeiltasten und gedrückter Shift-Taste ein Objekt in eurem Grundrissfenster zu bewegen. Und zwar genau um dieses Maß, was das Fangraster vorgibt. Wenn ihr zusätzlich die Alt-Taste drückt, dann geht das im Raster des Konstruktionsrasters. Das ist dieses Stoßen, das ist damit gemeint. Okay. Ich schalte den Rasterfang nochmal aus und zeichne mal irgendeine Wand. Jetzt gibt es hier einen Befehl. Ansicht, Raster und Bearbeitungsebenen-Optionen. Orthogonales Raster, gedrehtes Raster. Das sind die zwei Möglichkeiten, die auch in den Rastereinstellungen zu sehen waren. Das orthogonale Raster ist das, was wir gerade haben. Das gedrehte Raster war links unten, was ich eingestellt hatte. Das kann man dann damit aktivieren. Und man kann das gedrehte Raster auch selber einstellen. Und nehme zum Beispiel mal an, dass ich gerne ein Raster in der Richtung dieser Wand haben möchte. Dann klicke ich jetzt hier auf diese Wand. Und dann wird mein Raster entsprechend gedreht. Also das ist sozusagen die manuelle Erzeugung eines gedrehten Rasters. Wenn ich jetzt auf F6 gehe, dann sehe ich, dass jetzt hier mein gedrehtes Raster geändert wurde auf 17,55 Grad. Das ist offenbar die Richtung meiner Wand. Dadurch, dass ich den Modulvektor für dieses gedrehte Raster klickweise erzeugt habe, habe ich auch einen anderen Ursprung festgelegt. Nämlich den, der hier durch X und Y angegeben ist. Man kann das hier unten sehen. Der Ursprung ist also nicht da, wo der eigentliche Koordinatenursprung meiner Archicad Projektdatei ist, sondern der ist etwas versetzt. Das ist das globale Raster, was ich über F6 einstellen kann. Jetzt komme ich noch zu dem anderen System, was ich ganz am Anfang genannt hatte. Man kann auch lokale eigene Koordinatensysteme, die räumlich begrenzt sind, definieren. Das Ganze geht mit dem Planungswerkzeug Raster Element. Ich benutze das selber sehr selten, deswegen habe ich es in meiner eigenen Werkzeugpalette nicht mit drin. Es ist aber ein Werkzeug, was zur Verfügung steht in Archicad und ihr könnt es zum Beispiel über diesen Menübefehl Planung, Planungswerkzeuge aufrufen, wenn es nicht in eurer Werkzeugpalette zu finden ist. Ich möchte das jetzt aber gar nicht so machen. Ich möchte euch eigentlich was anderes zeigen, nämlich wie man dieses Raster Element Werkzeug benutzen kann, um damit sofort ein Stützen- und Trägersystem zu erzeugen. Das mache ich jetzt mit dem Befehl Planung Raster System. Da wird dieses Raster Element Werkzeug benutzt. Es wird sozusagen ein 3D Raster erzeugt, was dann aufgefüllt wird mit Stützen und Trägern oder wie es in der deutschen Übersetzung von Archicad ja heißt Unterzügen. Ich mache das jetzt relativ schnell. Elemente auf den Raster Schnittpunkten, Stützen, Objekte. Ich kann da also auch andere Sachen hinstellen auf die Raster Schnittpunkte. Ich möchte jetzt aber, dass es eine Stütze ist. Ich kann dann hier sagen, welche Stütze. Ich lasse sie jetzt mal so eingestellt, wie es ist. Nur hier unten die Ebene ist jetzt falsch. Stützen. So. Jetzt nehme ich als zweites Standard Unterzüge auf den Raster Linien. Da kann ich jetzt bei diesem orthogonalen Raster, was ich jetzt machen werde, nur gerade Unterzüge benutzen. Deswegen ist das hier ausgegraut. Ich kann auch hier auf Einstellungen gehen. Da ist auch die Ebene falsch. Jetzt nehme ich auch erstmal die erstbeste Einstellung für den Unterzug. Jetzt habe ich also gesagt, dass auf den Schnittpunkten Stützen stehen sollen und auf den Raster Linien sollen Unterzüge sein. Ich möchte auch, dass es Maßlinien gibt und ein Komplettmaß. Das kann man dann alles einstellen. Das sind Beschriftungs- und Markereinstellungen. Aber was ich noch hier einstellen kann, ist in welchen Abständen denn dieses Raster ist und wie viele Linien ich dann habe. Also ich kann das Raster beliebig ausweiten, indem ich hier immer noch mehr Rasterlinien einfüge. Ich kann wieder welche löschen und ich kann vor allem auch den Abstand ändern. Ich lasse jetzt aber alles so wie es ist. Jetzt klicke ich einfach mal auf OK und jetzt kommt hier so ein Gitter und jetzt kann ich irgendwo hinklicken und nochmal klicken und dann seht ihr schon. Jetzt habe ich da so einen Stützen-Raster mit Unterzügen. Es handelt sich jetzt schlicht und ergreifend um eine konstruktive Collage aus Trägern, die ich als Träger auch einstellen kann und Stützen, die ich als Stützen einstellen kann. Das seht ihr jetzt hier in der Infopalette. Und es gibt auch dieses Raster-System. Das ist dieses Objekt, was mit dem Werkzeug-Raster-Element erzeugt wurde. Das sind dann so Linien, die man im 3D-Fenster sehen kann, mit so Markern, die dann eine Nummerierung ermöglichen. Ich gucke mir das auch mal im Grundriss-Fenster an. Da müsst ihr jetzt auch die Bemaßung dran kleben, die ich hier eigentlich eingestellt hatte. Da ist sie auch. Was ich euch auch noch zeigen möchte, ist die Variante mit der radialen Geometrie. Planung, Raster-System, Grundeinstellungen, Radial, Geometrie. Der Radius, den lasse ich mal. Ich möchte allerdings, dass die Unterzüge jetzt gebogen sind. Jetzt darf ich das auch einstellen. Und ich möchte ganz gerne, dass es nicht einfach Stahlbeton ist, sondern dass es solche Profile sind. Und da möchte ich ganz gerne, dass es hier so ein Profil ist. Alles andere lasse ich so. Ich habe jetzt also nur die Träger geändert. Und jetzt klicke ich wieder auf OK. Jetzt habe ich wieder so ein Gitter, was da schwebt. Und das kann ich jetzt auch wieder platzieren. Und dann seht ihr, dass sowas gemacht wird. Also je nachdem, was ihr plant, kann das natürlich Sinn ergeben, das zu machen. Ihr habt dann auf einen Schlag wahnsinnig viele Stützen und Träger platziert. Ihr könnt das natürlich dann ergänzen und auch welche löschen und so weiter. Denn wie gesagt, das ist ja kein geschlossenes Element, sondern es ist einfach eine Summe von lauter Einzelelementen. Und dieses Tool Planung Raster System ist quasi nur so eine Art Abkürzung, um möglichst schnell möglichst viele dieser Elemente auf diese Weise dahin stellen zu können. Also wie gesagt, globales Raster System unter Ansicht, Konstruktionsraster darstellen, Raster Einstellungen F6 und Raster Fang F7. Das eine System ist auch der Normalfall eigentlich beim Arbeiten. Und es gibt noch diese lokalen Untersysteme, die sich mit dem Werkzeug Raster Element oder eben mit dem Befehl Planung Raster System erzeugen lassen. Berliner Dure-Arbeiten Der记eneist OMF-Ler-M kita Flamen und 1985 Und das ist so nellykonticherung потрясend. Und es gibt noch priced denen das Zähnivez moved. Und zwar für das Zähnivez aussieht, Archiv Nebel, treuerern und Turbo zu rein. Und das hier auch bei dem Kochen Remajefert Oohsi, mit dem Tabern perman' in Japan. schmeckt das mit dem Yahauen beim Arbeiten zu der Sand auf das Weltkommbrosatuk. Vielen Dank.